Jan, du navigierst. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade an der Kreisgrenze. In dem Kreis Osterode, am Arzt, in der linken Hand. Man sieht schon, dass Kreis eng erfüllt. Ja, ja, ja. Und im Kreis Gotthaus, wo wir gerade herkommen. Wir nehmen an, die handelt sich um eine Art Gruppe. Ja. Das ist insofern cool wäre, als wir jetzt weiter runtergehen. Ja. Ja. So, ich denke, da bleiben keine Fragen offen. Claudia? Nein. Wir haben eine Kuppel, wir haben 508 Höhenmeter. Die Motorradfahrer an sich gar nicht so schlimm, wenn sie nicht so laut wären. Ja. Aber, haben wir keine Probleme mit, oder? Ja, das war's. Alles Gute.